Es ist eine exklusive Schule, die auf Belange von einzigartigen Individuen wie dich Rücksicht nimmt. Anfangs musst du dich wahrscheinlich erst eingewöhnen, aber du wirst sicher merken, dass die friedliche Ruhe die Seele und den Geist erfrischt. Wie heißt es in einem guten Buch? Nur in der Wildnis findet der Mensch wieder zu sich zurück. Ich glaube, du passt zu uns. Und wer sind diese Freaks? Wieso bist du hier? Meine Eltern haben ihr scheiß Lügen erzählt und deine? Sie meinten, es wäre für das nächste Halbjahr. Dr. Sherman sagte doch, er schreibt Klarheit an in den nächsten zwei Wochen. Und das bedeutet? Ich werde nicht zur Schule gehen in diesem Haus. Doch, Miss Holcomb, das versichere ich dir. Die Pause ist zu Ende. Kommt rein! Nichts wie raus hier. Dr. Sherman hatte euch heute etwas erzählt, nicht wahr? Ihr habt hoffentlich zugehört. Untertitelung des ZDF. Was ist任ber� dose, bis zu Ende. Untertitelung des ZDF, 2020